Herzlich Willkommen zu Conquest Large in Battlefield Hardline, der Beta, die noch bis morgen geht, zumindest zum Zeitpunkt, zu dem ich momentan spiele. Ja, wir widmen uns heute mal dem Conquest Large, also der Eroberung. Oh, ich spring da mal raus. Ich hab nämlich keinen Bock zu sterben. Ich werde es eh gleich tun, aber es muss nicht so schnell sein. Von wo, von wo, von wo, von wo? Irgendwo von Medi. Hab's nicht gesehen. Ich bin übrigens nicht gut in Battlefield. Ich kann es nur, genauso wie in meinem ersten Video, für euch alle klar sagen. Ihr werdet hier keinen Skill sehen in Battlefield. Ihr werdet es wirklich nicht. Wenn ihr den Skill sehen wollt, bitte zu Fabian Sieges und seinem Kanal Battle Bros gehen. Da findet ihr, was ihr sucht. Hier nicht. Äh, ja, das brauche ich alles nicht. Ähm, die nehmen gerade die Punkte ein, da muss ich nicht hinfahren. Das geht so schneller. So, aber wir spawnen jetzt mal. Komm, nicht mal mit. Nein. Oh, da fahre ich jetzt selber. Ob soll der? Oh, wir verlieren, wir verlieren den Punkt. Nein, das wollte ich alles nicht. Das wollte ich alles nicht. Das wollte ich alles nicht. Jetzt wird's spannend. Ich hab nix anderes. Jetzt bin ich tot. Geil. Weg ist neipert dann noch. Zum Ende. Hab aber nur nicht wirklich was freigeschaltet. Oder was ist nicht wirklich, ich hab gar nichts freigeschaltet. Ich bin nämlich zu schlecht dafür. Äh, nein, ich hab. Kaum gespielt bisher. Und ich bin wirklich zu schlecht. Ich hab keinen Sinn. Ähm, und wir werden hier richtig untergehen. Das heißt, ich bin im absolut richtigen Team, finde ich. Na komm, ich spawnen mal bei den hier. Neun, neun, neun. Ich warte. Kann ich überhaupt gar nicht hinterfen, wenn ihr euch mal schaut, wo das ist. Das ist absolut unmöglich. Da kann ich doch gar nicht hinterfen. Vielleicht hätte ich nicht schießen sollen, wenn man keinen Sinn hatte, zu schießen. Naja. Tod. Ich weiß nicht mal, wo die herkommt. Das geht mir viel zu schnell alles. Also für mich... Das ist ja cool. Das ist so wie der gleiche. Das ist eine Kacke aber auch. Demil wir auch tot. Das geht alles viel zu schnell für mich. Ich komm da gar nicht hinterher. In Battlefield 4 schaffe ich es aber hier überhaupt nicht. Null Gefühl für. Irgendwie, ich weiß nicht. Nicht gar nicht mal so direkt zu schnell, sondern einfach... Bin es nicht gewohnt. Ich weiß es nicht. Wobei, ich bin in Wirklichkeit ein super Battlefield-Spieler irgendwie. Ich will es ja garantieren. Ich glaube, ich werde abspringen. Das ist sicher, aber... Vielleicht auch nicht. Wieder tot. Ich sehe ihn und schieße und bin schon tot. Das geht einfach viel zu schnell. Das geht so verdammt schnell. Wow. Nein, ich will sicherlich nicht spawnen, während die da... ...die Gegend laufen. Ich fahre natürlich mit. Hallo. Hallo. No, 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 no. Hm. Was? Warum alles in der Welt? Ich fahre ich halt selber weiter. Ich sehe den Hild da oben auch. Aber wie ist der reingelaufen? Sind Jahre verloren. Tschüss. Alter, du willst mich doch verarschen jetzt gerade, oder? Ha, haben ihn gekillt. Alter, es geht so schnell, jemanden zu töten. Es braucht drei Schuss oder so. Es sieht viel schneller als Battlefield 4. Deswegen bin ich wahrscheinlich immer so schnell tot. Ich sehe die noch gar nicht. Wenn die kurz auf mich schießen, bin ich tot. Hm. Ich will eigentlich nicht unbedingt egal, wie es vorne jetzt sechs sind. Das ist, glaube ich, nicht so intelligent. Es ist garantiert nicht so intelligent. Immer doch. Motherfucker. Geht doch. Geht doch. Scheiße. Ganz einfach scheiße. Aber dann auch die falsche Waffe noch zusätzlich am Start. Uncool. Oh, scheiße, Alter, was war denn das? Wahrscheinlich Giftgas in der Gnade. War nicht cool. War nicht cool von euch Jungs. Jungs, ich verzeihe das nie. Ja, war echt nicht so geil. Lass uns überlegen. Im Heli irgendwie spawnen. Nein, in dem Heli spawnen, lieber doch. Punkt C. Die werden garantiert hier gleich herkommen. Ich meine, es macht ja nur Sinn, dass sie herkommen. Warum auch nicht? Es gibt keinen Hunter-Welt, warum sie es nicht tun sollten. Äh. Komm, ein Hammer. Fang. Oh, 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 oh. Das habe ich ganz schlecht gemacht. Da kommt er hoch und schaut noch nach links. Ja, ich muss den einfach nur töten. Ganz einfach. Einfach nur. Headshot weg. Fuck. Tschüss. Ha, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir können noch spawnen. Wir können noch, können wir spawnen. Komm schon, du blöde Zeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, da oben sollte ich einen reinschmissen. Okay, sieht gut aus. Alles sauber. Ich spiele links nahezu Ultra-Einschirm mit einer GTX 660 Overclocked. In Kürze hole ich mir eine 79. Und es läuft damit bis auf Texturen auf Hoch statt Ultra. Und zweimal MSAA statt viermal. Läuft es mit rund 40 bis 60 frames per second. Und das habe ich so dumm gemacht, ey. Nein, nicht zu fassen. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. 4 zu 10. Läuft bei mir. Oh, Scheiße. Ein Tod. Scharfschütze auch noch. Auch noch ein Scharfschütze. Hey, wenn es wenigstens der Heli gewesen wäre. So ärgert es mich halt. Doppelt und dreifach. Das nervt. Den nehmen wir das gerade ein oder verlieren wir es gerade? Da will ich nicht spawnen. Ist aber ein guter Spawnpunkt, ganz ehrlich. Super guter Spawnpunkt. Ähm, die haben wir. Alter Schwede. Ich sehe, dass er kommt und sterbe. Lustig, lustig. Tra-la-la. Ich habe so kein Gefühl fürs Schießen. Denn es verzieht mir so nach oben. Wirklich unglaublich, wie das verzieht. Da ist garantiert jetzt einer. Einer. Einer ist gut. Ich habe immerhin einen erwischt. Das ist für mich schon Hammer. Der töte mich jetzt zum dritten Mal. Dieser Scheiß wie ein Diesel. Germany oder was. Keine Ahnung. Schluck Wasser trinken. Ist immer gesund. Ist wichtig. Ja, jetzt bleiben wir noch viel übrig. Hier spawnen. Und dann loslassen würde ich sagen. Am nächsten liegt E. Boah, graf, ich sehe jetzt auch nicht wirklich so toll aus. Okay. Was baut sich da zusammen? Sandsturm oder was? Was wird das? Na, mal abwarten. Ich bleibe jetzt mal hier drin. Oh, oh. Das ist garantiert irgendwo ein Gegner. Das habe ich so das Gefühl, war es unangenehm. Das habe ich jetzt bisher auch noch nicht mitgekriegt. Das war ein Sturm. Jetzt wird ein sehr guter Zeit, um zu sterben. Wieder Winddiesel. Ich wusste, dass da welche Ausnahmen entlanglaufen. Nur wo? Wie? Warum? Wieso? Weshalb? Es nervt uns. Spawn nicht nur. Da. Da hat er kein anderes möglich wäre. Also das sieht wiederum eindrucksvoll aus. Wirklich eindrucksvoll. Also der Sandsturm, das hat was. Und wir haben verloren. 5 zu 14. Beachtliche Zahl. Nicht gut. Ja Leute, im nächsten Modus und letzten Modus, äh, 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 mir fehlen die Worte, mir fehlen die Worte, ähm, ja. Nächsten Modus, was fehlt noch? Ich weiß es gar nicht. Rush-Modus, nein, nicht Rush. Bankjob. Ja, Banküberfall mäßig. Das zeige ich euch als nächstes noch. Wie gesagt, wollt ihr hochqualifizierte Let's Plays zu Battlefield haben oder zu Battlefield Hardline, äh, allgemein Battlefield, Battlefield Hardline, seid ihr bei Battle Bros, dem Kanal von Fabian Siegismund auf jeden Fall. Deutlich richtiger als bei mir. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wieder einschalten. Ciao. Ciao.